Hallo und herzlich willkommen bei Fräuchengesucht im Tierheim Gießen. Ich möchte Ihnen heute den jungen Pitbull-Rüden Rudi vorstellen. Er kam vor einigen Wochen zu uns ins Tierheim und musste dann leider eine Weile in der Quarantäne verbringen, weil er krank war. Von daher konnten wir noch nicht viel mit ihm machen. Er ist ein ganz netter, junger Rüde im pubertären Alter, entsprechend sehr frech, lebendig, möchte viel lernen und auch noch ganz viel erkunden. Rudi ist sehr menschenbezogen. Er wird seit kurzem von einer Hundebegleiterin betreut und die hat ihm schon einiges beigebracht. Er kann mittlerweile schon Pfötchen geben, er kann Sitz, er kann apportieren und lässt sich auch schon recht gut abrufen. Das ist ja schon einiges. Mit der Laienführigkeit, das klappt auch schon ganz gut. Natürlich wird er jetzt unsere Tierheim-eigene Hundeschule besuchen und auch im Sozialverhalten überprüft. Dazu hatten wir leider bislang noch keine Gelegenheit. Wir wünschen uns sehr, dass wir einen Liebhaber für diese außergewöhnliche Rasse finden. Diese wissen natürlich, dass es kleine Unannehmlichkeiten gibt mit der Übernahme eines solchen Hundes, denn er ist wesenstestpflichtig. Aber ich denke, das wird einen wirklichen Liebhaber dieser Rasse nicht abschrecken. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder schauen Sie doch einfach zu den Öffnungszeiten Freitag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr bei uns herein. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.